Klaus fragt, was ist der Unterschied zwischen Gerste und Braugerste? Ich bin Robert und das ist eine Minute Bier. Salopp gesagt sind beides Gersten. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Bei der Braugerste handelt es sich um die zweizeilige, nickende Sommerbraugerste, die extra gezüchtet wird. Die Züchtungsmerkmale sind hier Stärke, Eiweißgehalt, Keimfähigkeit. Diese Gersten werden nach dem Mähdrusch gereinigt, sortiert und auch noch getrocknet. Ganz wichtig ist die Keimfähigkeit, damit ich später noch keimen kann, da sonst kein Malz entstehen würde und ohne Malz gibt es eben auch kein Bier. Alle Gersten, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden in aller Regel verfüttert. Man kann natürlich auch Braugerste verfüttern, macht nur keiner. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.